Der Grazer Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian hat mit seiner Kunst bereits große Theater- und Opernhäuser im In- und Ausland erobert. Seine ausdrucksstarken, selbstgemachten Puppen sind derzeit in der Kunsthalle Graz ausgestellt. Und in der Oper hat der Puppenzauberer gestern einen besonderen Liederabend gegeben. Mann und Frau im Boot sind ganz still. Musik von Schubert, Schumann, Brahms und Mahler und dazu Texte von Robert Walser. Eine besondere Mischung, die Nikolaus Habian mit seinen Puppen auf die Bühne bringt. Es war uns selber, wie wir das entwickelt haben, manchmal nahezu unheimlich, wie perfekt sich das oft ausgeht, welche Stimmungswechsel im Text liegen und zugleich aber auch in der Musik. Also dieser Abend hat sich wie von selbst geformt. Die Osttiroler Musikband der Frannui ist ein, nach Eigendefinition, musikalisches Umspannwerk. Das ist einfach dieser spezielle Frannui-Klang, der einfach auch durch dieses Instrumentarium, durch diesen Klangkörper entsteht. Und der aber, also ich habe bisher jetzt noch nichts gehört, was die nicht können. Und so formiert sich eine musikalisch-poetische Wanderung. Das war so schön. In der Kunsthalle Graz sind derzeit ausgewählte Puppen von Nikolaus Habian ausgestellt, die aus Theater- und Opernproduktionen stammen und stumm von den vielseitigen Erfolgsproduktionen erzählen. Ich finde es total schön, diese Figuren auch eben in nicht bespieltem Zustand genau betrachten zu können und vielleicht auch wirklich so genau betrachten zu können, wie man sie auf der Bühne nie betrachten kann, weil sie ja nie stillhalten. Das Publikum muss so viel in diese Puppen hineinlegen, dass die Puppen für die Zuschauerinnen, für den Zuschauer immer am Punkt sind. Das ist so ein bisschen das Geheimnis. Jetzt habe ich es verraten. Und wenn auch nun das Geheimnis bekannt ist, niemand kann sich der Magie des Puppenspiels entziehen, wenn Nikolaus Habian auf der Bühne loslegt. Und dann ist die Oper aus.